Intro Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play PlanetSide 2 Ich bin der Rex Blizzard und ich weiß nicht ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe jetzt mein neues Mikro Viel lauter und so und viel bessere Quali Und wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben Ne, hier waren wir gar nicht Das ist die Anfangsbasis, wo wir sowieso immer spawnen Ähm, wo gibt's denn hier mal was Tolles? Mal gucken Alter Schwede Boah Halleluja Okay, äh, der ganze Kontinent lila und so Da sind wir wenigstens ganz gut dran Da sind wir auch richtig schlecht dran Da ist bestimmt Action hier Ja, hier ist Action Dann gehen wir da einfach mal direkt rein ins Gemetzel Ich hoffe mal diesmal werden wir, ähm, besser sein Als die letzten ganzen Male, wo wir so richtig abgekratzt sind Bodenfahrzeuge können bei den Munitionstürmen nachbeliefert werden Halte nach dem, na, halte nach dem großen Turm mit einem Munitionssymbol darüber ausschau Wir sind auf dem Kontinent Inder Und nach dem direkten Einsatz Oh, das sieht gar nicht gut aus da unten Aber es ist schön nachts Das mag ich So, klasse spielen wir im Moment Die schwere Einheit wieder Mit unserem schönen Rotpunktvisier, was wir hier haben Was ist das denn für einer? Ein grüner Panzer? Hm Okay, nicht schlecht Äh, wieso hast du den überfahren, du Idiot? Kannst du dich wiederbeleben? Ne, ich bin kein Sunny Dann nicht Dann holen wir uns einfach selber ein Fahrzeug Ähm, warte, wir können mal hier eben Einfliegen drücken Jetzt sind wir in einem Trupp Unsere ganzen Truppmitglieder sind alle hier Das ist schön gut Schön und gut Haben wir schon einen Trupppunkt? Ne, ich glaub nicht Da könnten wir mit rein, aber der fährt grad nicht Und ich will selber fahren Alle wegschnetzeln Lol Da hat grad was geschossen Egal BTF Da schießt mich was ab Da schießt mich ja Das ist ja voll Gammel Wo ist hier ein Punkt? Da oben ist ein Punkt Da holen wir uns jetzt einfach mal ein Fahrzeug Hier hoch Und hier links lang Und was holen wir uns mal? Wir holen uns einen Flash Ja, es tut mir leid, dass jetzt so mega lange keine Folge gekommen ist Aber das Mikro hat echt auf sich warten lassen Und ich wollte keine Kackaufnahme wieder aufnehmen Mit so einem blöden Sound Und wir haben einen Wegpunkt, seh ich gerade Deswegen hat das so lange gedauert Aber Jetzt werde ich erstmal eine Aufnahmesession machen Und dann werden die nächsten ganzen Tage erstmal wieder Folgen rausgehauen Der Sunder fährt Äh, der Flash fährt 75 Boah, ist das geil Irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass die irgendwann mal 80 gefahren sind Ah, da fährt er 80 Ein Berg runter, okay Egal, trotzdem das schnellste Bodenfahrzeug Und 388 Meter Ähm Ich glaub wir sollten gleich mal absteigen Sonst werden wir hier wieder Richtig fertig gemacht Genau Springen hier rüber Alles klar Ist das ein gegnerischer Nee, das ist kein gegnerischer Panzer, oder? Aber wir werden einfach mal hier nachladen eben Und dann mal gucken, wo wir was abknallen können Ob wir was erwischen können Wir sind ja schließlich schwere Einheit Also können wir auch schon nach vorne latschen Ich habe jetzt länger nicht gespielt Also kann es sein, dass ich noch nuliger bin als sonst Aber ich hoffe mal, das wird nicht der Fall sein Sind hier überhaupt Gegner, ey? Das ist doch hier eine gegnerische Basis Da müssen hier doch auch Gegner sein Ey, ey Äh, wo Da oben wird rumgeschossen Oha Ach du Scheiße Egal Lauf rein Erster Kill Nein Von hinten natürlich Was ist das auch sonst? Wer hätte so schlau sein sollen Und einmal hinten gucken? Ist das ein Sonder? Das ist ein Sonder Dann gehen wir mal zum Sonder So, gegnerische Panzers Wo seid ihr denn? Ähm Ähm Hallo? Die schießen da einfach nur blöd hin, oder was? Die ganzen Panzer Da ist schon mal ein Flugzeug ein gegnerisches Aber das kriege ich bestimmt nicht abgeknallt so Okay, das ist kein Gegner Aber hier oben sind Gegner Hundertprozentig Kommt Löch fertig machen Okay Da müssten Gegner herkommen Wow Fuck Lol Wieso kommt der denn auf einmal da rausgerannt? Ey Flur Filurb Was ist das für ein toller Name? Okay Da hinten ist schon mal ein Panzer Da schießen wir doch mal hin Okay, das hat nicht getroffen Komm, Panzer Ähm Da hat mir irgendwas geschossen Irgendwas ist gewaltig abgeknallt So, wo sind die kleinen Idioten Komm, wo ist denn hier ein Gegner, ey? Nutzen den Vorteil Da ist ein Gegner Wow Lol Alter, von allen Seiten auf einmal, ey Ich sehe da einen Auf einmal kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen Ah, neuer Punkt Ach, die gehören jetzt uns hier Nicely Nicely Komm Geh doch sterben Wo bist du? Ich hab dich doch gerade noch gesehen Und wo kam das jetzt? Ich wurde von hinten abgeschossen Und wurde dann mit einer Sniper nochmal von hinten abgeschossen Hallo Ähm Hier waren gerade Gegner Komm Wo seid ihr? Ich warte auf euch Naja Wumpe Fliegen wir mal weg Stechen wir sie alle mit dem Moskitotod Okay, haben wir eigentlich schon einen neuen, äh, Tropwegpunkt? Ah, da haben wir schon einen neuen Tropwegpunkt Wer sagt's denn? Lock? Ach so, ja, okay Lock heißt Ähm Nichts Gutes Und ich hab einen Selbstmord gemacht Ich wusste nicht, dass ich so nah am Boden war Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Okay Von da an würde ich mal sagen Ach komm, lass mich doch da hoch, ey Lass mich da hoch Wo seid ihr denn? Kein Fickschnitzel Da ist einer hinterm Baum Das hab ich ganz genau gesehen Lol Ach du Scheiße 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 So, komm her Du da wirst jetzt erstmal von mir gekillt Damit das klar ist Du da So, komm her Komm, treff, treff, treff Oh, Scheiße Er dürfte tot sein Naja, nicht tot, aber Dürfte jetzt tot sein Nein Oh, treff ich den nicht Komm her Jetzt ist er aber tot Ja, ich denke mal, der ist tot Und der Typ, der da drin saß Ist auch tot Alter, wie geil das nicht aussieht Wie hier alle wegstürmen, ey Komm her Nein, schieß mich nicht ab Schieß mich nicht ab Schieß mich nicht ab Boah Guck mal auf die Minikarte Ey, drei Panzer da vorne Holy shit, ey Okay, der Panzer ist weg Boah Scheiße Ich hab natürlich keine Money mehr Und lauf deswegen einfach mal direkt zu den Panzern Ich bin so schlau Wo? Panzer Der hat daneben geschossen Komm Los, fighte mit mir Ich hab keine Money mehr Hallöchen So Ich hoffe, der Panzer kommt jetzt nicht wieder zurück Komm, komm, komm Fahr, 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 fahr Lauf, lauf, lauf Ho, 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 ho Gut, 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 gut So Ich hab hier doch gerade irgendwo Gegner gesehen Oder hab ich mich da verguckt Und waren das unsere Sorry für den Cut gerade eben Da Da sind Gegner Gut, komm her Los, nein, 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 nein Du sollst eine Atragung haben Was war das? Ach der Panzer Okay Ja ich war's Ich glaub das war's dann schon wieder mit der Folge heute Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein Bye